Die Technologie ist so hoch integriert, auf 32 cm unterzubringen, das war halt die große Herausforderung. Eine Künstliche Intelligenz wie Syme ist wichtig für die Raumstation, weil man diese komplexen Arbeiten letztendlich einfacher ausführen kann. Syme und Alexander Gerst sind wie Partner, wie Kollegen, eine Einheit. Weltweit werden wir sogar die Ersten sein, die künstliche Intelligenz in der bemannten Raumfahrt verwirklichen. Great, let's play your favorite hits. Die Technologie ist wichtig. Die Technologie ist wichtig. Die Technologie ist wichtig. Die Technologie ist wichtig.